ARD Text im Auftrag von Funk Jo, Nacht. Geht's pennen? Ja, ich geh pennen. Schlaf schön. Schlaf schön. Ich muss jetzt Pistole kaufen. Ja, kauf was geht. Mit dem geht er nicht viel weg. Die rushen jetzt sowieso. I think they will rush. Eine. Bei Mitte. Banana, ja? 48 habe ich ihm gegeben. Boah! Vorsicht, du bist schon um die Ecke gekommen. Du bist ein Kunde. Ja, wenn du geschossen hast. Let's go in. I am throwing smoke. Ich würde B rushen. Grenade! Dich eigentlich auch, aber besser als ABP zu beginnen. Wir haben A2 weggeholt, also eigentlich müsste das safe sein. Wir können nur CT gucken. Ich guck Library, ja? Ja. Guckst du hier vorne? Mach ich. Bomb has been planted. Ich wechsle auf Mitte. Komm wir mal spawnen. Und sie haben unten. Einer aus Library, oder? Ja, der letzte Library. Oh, die holen wir uns noch ganz easy. Ja. Ich glaube, die würden nie wieder CS spielen. Ja. Eigentlich... Ich gehe A. Ich gehe B. Ja, ich gehe dann B, okay. Ja, ich gehe auch B. Ja, ich gehe auch B. Ja, ich gehe auch B. oder was? Ich hab zuerst gesagt, dass ich B gehe. Achso, dann gehe ich A, dann gehe ich A, dann gehe ich A, dann gehe ich A, dann gehe ich A. Machst du Balkon? Wo? Basti, lass uns ein bisschen tiefer dran stehen. Sag, wenn sie kommen und geh dann zur Seite. Stecker mit, stecker mit! Apartment kommen sie. Noch eine Apartment down. Apartment zweiter. Dritter auch noch. Zwei Apartment. Ich hasse diese Kacke! 2-0-Spot. Einer planted. 63, Alter, hab ich ihn gegeben. Er zieht das Messer. Ey, das ist so richtig... Deiner Pistil war leer, aber... Ey, wirklich komplett leer geschossen? Ja, ja, der hätte... Hätte mal schön durch Nachladen sein. Wer denn? Äh, der Antretter. Labusnik. Der Doomen. Und schon bin ich allein auf B? Oder was? Basti, willst du mich veräppeln? Ey, ich muss keine Waffe aufpicken, dann komm ich zu dir. Mhm. Dann, falls irgendwer von uns drauf geht. Gleich bei. Genau. Dann kommen wir gleich zu dir. All B. Ich bin immer noch B. Ja, bist immer noch B, ne? Drop... Bomb is B. Ich steh da alleine, Alter. Schön. Defuse einfach. Versuchst du? Soll ich defusen? Komm schon. Ja. Da ist sowieso keiner mehr im Leben. Aber kommt trotzdem zu uns. Ja. Schön heute. Der hat ja vom T-Zeroon. Frei Helis hintereinander gegeben. Mit einer Gali. Das ist... eigentlich unmöglich. So kann ich A gehen? Ja, ich stell mich nur wieder mit. Außer... Okay, wenn sonst keiner B geht. Deploying Decoy. Oh, das ist dann B. Ach so. Okay. Ich hab nur die... Ähm... Smoke aufgemossen. Lass uns ein bisschen weiter hinten stehen. Sicker mit. Sicker mit. Flash. Flash. Banana. Mit. 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 Drei Banane. Drei Banane. Drei Banane. Drei Banane. Meiner ist hinter dem Wagen. Drei Banane. Ich glaub. Bomb down. Bomb down eh. Okay, ich bleib jetzt bei der Bombe. Sicker mit. Verschiebt mal auf A. Einer mindestens. Überham die Bombe. Schieber. Schieber. Komm mit. Schieber. Ja, sind alle zurückgelaufen, glaub ich. Der ist immer noch mit. Der ist immer noch mit. Was? Kill den noch mal. Danke. Tschüss. Ursula. Tabic. Schön alles zusammen sammeln. Wie ist denn man braucht kein Kit kaufen. Man muss einfach nur seine teammates ausweiten. Barsch. Heiner. Ja. Ich hätte ein Kit in der Mitte irgendwo fallen lassen. Na ja, das habe ich gerade aufgekloppt. Smark wieder auf B. Bluest. Gitz gers. Ich gehe B. Ich gehe wieder mal A. I'm so lonely. Lon, 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 lon. Banane ist ein AI-Haus. Sobald. Flash raus. Einer ist mit, ja. Es ist noch einer, mindestens, auf Banane. Wir werden steppen. Einer war gerade noch Banane, wenn er sich nicht zurückzieht. Warum rush ich denn? Okay, die Bombe ist ganz hinten im Eck. Ich denke mal, die gehen zu A. Ich gehe rüber zu A, bleib du hier. Ja, die kommt A, die Bombe. Ja, ich bleib hier. Best. Ich sag nur, suck my dick mit D, I, K. Komm bitte schnell A. Ich bin Library. Komm schon. Was? Apartment ist der letzte. Okay, ich gucke oben. Sicher? Ja, ich höre. Blende. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Was? Easy. Holen wir noch. Easy sagt er. Easy da. B. Ich werfe die obligatorische Rauchgranate, die alle ausbremst. Oh, ich schaufe mir mal die Flamme hier. Oh, ich schaufe mir mal die Flamme hier. No, don't go. Kommit. Smoke. Decoy. Schiebst du schon zu A, Daniel? No. Ich glaube nicht, dass es B kommt. Kommt zwei Leute, abwarten wir durch. On spot. Shot. Bomb. Has been planted. Ja, du homo. Ich glaube auch. Er ist gleich rechts. Er leckt wie ein Schwein. Ja, aber trotz seines Legs trifft er super gut und weiß genau wo wir sind. Ja. Er kann mir irgendwer irgendwas kaufen. Ne, oder? Ne. Nicht so richtig. Doch, warte. Ja, passt schon. Hab ich jetzt den falschen die Waffe gelegt, oder? Ja, dem anderen Typen hast du jetzt die Waffe gelegt, passt schon. War eigentlich für dich. Ich hab gar nichts. Daniel? Two ABPs. Hell. Das ist glaube ich nach E-Bahn angewiesen. Aber diese ganze Smoker hier, ganz ehrlich. Decoys out. Hörbocky mit. Bitte Steps. Ich stehe relativ weit mit dem Daniel. Ich bin auf A. Klar. Basti ist bei dir. BKMG. BKMG. Bomb A. BKMG. Bomb A. A host. Einmal nach vorne verschieben. Ach, Basti. Schiebst du zur A? Pass bei B noch auf. Gut. Noch zwei. Das Mitte. Mit. Kann sein, dass sie jetzt zu dir rüberkommen. Wollen wir bei B down? Wollen wir bei B down? Daniel, ich verschiebe. Was haben wir? Nein, ich hol's. Gibt's nicht. Nein, ich lauf doch. Liegt's gut hin. 81, ich glaube es ist. Ich habe eine Aave, wenn der da will. Ja, ich würde gerne. Ich kann hier einen M4 dafür legen. Der macht immer eure Sachen hier. Ist die durch die durchgeflogen? Nein. Nein. Mach 7. Mach 7 ist da. Vor allem hier auf der Map. Schön wie Basti immer seine Poses durchwechselt. Wie in Warni. Ich schiebe. Ich schiebe. Ich schiebe ich mal. Ich viere, weil eine A. Und der Spot. Hit und dann Ja, kurzes, äh langes Wochener Nein Aber wir haben doch einen mitgenommen Die waren gerade nicht, Sandwich Also 50 hab ich ihm auch noch gegeben Schaltungsrunde Ok, jetzt packen wir einfach Global Legal Skills aus Siegel und durch Follows by We are five of here Ja, dann müssen wir gleich nochmal eine Runde spielen, ja? Ja, dann gehen wir wieder ausweichen Scheiß, verfickten Klarne Ok, da kommt einer Dreitunnel Habt ihr die Bombe sichern? Ne Bombe ist auf wenig, Alter Bombe ist auf wenig, Alter Obster, komm wieder rein Obster, komm wieder rein Hint da unten, ist da Go back Boah, die Blende war nice Boah, die Blende war nice One second mid, maybe underpass Second mid Vielleicht kann ich hier Yip Er ist second mid Und blö Warum musste ich eigentlich mal drauf gehen? Oh, das war natürlich fail Das geht nicht Ich glaube, dass er nicht vom B kommt, hm? Gucken Fuchsbau Ja Oh nein Oh nein Oh fuck, man Oh fuck Yay, ne kriegst du Die Flüsse Nice Ne Chroma-2-Kiste Passend den Schlüssel zu, oder soll ich dir was verkaufen, dein Dann wird's ja jetzt lustig Good luck Gehen wir hin Hi Hi A oder B A oder B Let's go, my brothers A lang wahrscheinlich Ja, helft dich Ja, helft dich Oh scheiße Ich bin der erste, der stirbt Der ist auf Ich bin schon so rund Der ist aufs CT gegangen, ja Aufs CT gegangen One spot ist einer Denkt an, dass die P-team vor dem Dangle-Range haben Halt dich Halt dich Da ist Halt dich Da ist Ah, one shot Ender cold Ender cold Sorry Boah, so ein Fisser Nice balloon Achtung, Clash One more shot Orange shot Ist da noch einer Boah, ich raste aus, wieso hab ich ihn denn nicht getroffen Skill ist das Zauberwort Vielleicht ist der unten Jo Der ist hier unten, ja Der ist hier unten, ja Der ist hier, schieß von Gute Geil, kann keinen Ich hab ne Technik gefunden Oder so Easy Hier liegt noch ein Ne, ne Wir are going to do this Oh scheiße, ich hab's hier Jetzt gleich nochmal A lang Jetzt haben wir den Waffenvorteil Wenn du meins Okay Bei B haben sie mit Verteidigen besseren Vorteil Die haben immer noch Pistolen Oder halt so ne Dreckswaffen Mit der MP kannst du A lang nicht verteidigen Oh, doch Sorry, sorry So, geh mal hin mit A Ja Na ja, Alter Ah nochmal, okay Oh, einer am Pit Das gibt's nicht, ey Ich werd wieder umgelegt Das ist so geil Hast du los? Das wird so gut so machen Onspot Smoke Nein, der ist nur Onspot Nein, der ist nur Onspot Ja Smoke Hat mich erwischt Der ist nicht mehr Einer shirt Er ist Ich mein kurz Ja, der ist nur kurz Guckt mich alle kurz, ne Wenn die von Land kommen Wie zum Beispiel der da Wie lange ist einer down? Kurz kommt Wie sitz ich denn da auf der Schläge? Super gut Wo liegt denn die Bombe? Äh Die Monster ist zu weit Nicht für dich, ja Die G Nice, Alter Das sind doch auch schon wieder so ne Flame Gegner, oder? Der eine schreibt da die ganze Zeit wie blöder Achso Lass B gehen jetzt, oder? Jo Das ist jetzt etwas unerwartet, da Alles klar One B Einer nur B Einer nur B Nee, jetzt war ein B Ah, one no down, one low down One low down, okay Lauer kann ich nicht von Dahin Hinten Onspot Du machst das Jo Nice Ich bin mehr bevor sie rotaten Einen hab ich unten schon gesehen Einer war mit schon, einer war mit Einer war mit Ich guck, Kenzler Print Über schön die Flash Ja, achso Flashback Wow, behind my AWP Der hat eine AWP zur Welt In Tunnel Was? Der hat schon eine AWP? Der hat unsere gepickt Maybe save my AWP Der sa- Der sa- On Titanic Hm In die AWP zurück Throwing your Flashback Wenn er jetzt Wüstenwohr ist Wahrscheinlich auf dem Spot Und von bei uns CRT Ja Sehr schön Nice Schön Das hat viel gekostet Passt schon Willst du eine AK haben? Ich kann mehr eine AWP Passt schon Ich glaube es ist der AWP Okay Oh ne Deagle Wir müssen gehen Alter wir haben 3A Was ist denn nice Und Smug und Dann gehen wir mal A kurz Wurde ich sagen Einer nur B Einer nur B Einer nur B Sorry, B nice Ich bin jetzt lieber kurz Ich denke wir gehen B Einer nur B Einer ist in der Mitte Einer ist in der Mitte Und zweiter Steht im CT B Dronne glaube ich B müsste frei sein B ist auch frei Leute Geh mal WTB Nice Einer war A Ne Ok B ist frei Da war nur einer Loll ich hab den Ich hab den 84 gegeben Ich hab den 84 gegeben Ich hab den 84 gegeben Ich hab den nur unter Ich hab den nur unter Ich hab den nur unter Kürz man Wir fixen on spot Kürz Ja Ich bin CT Ich bin planta Ich bleib on spot Bei T Äh Diffused ne Diffused Diffused kannst du durch den Tunnel rausschießen dann Gleich mat Mick Wow Jetzt haben sie auch ne Arbe Das war schlecht Das war schlecht